Wenn Shirin David sich aufregt, wird es meistens sehr unterhaltsam. Momentan arbeitet sie an ihrem Album und lässt sich inspirieren von vielen Musikern und ist ständig mit Rappern unterwegs. Erst neulich wurde sie mit Bushidos Kumpel Ali von Er ist guter Junge gesehen. Viele glauben, dass sie mit einigen Rappern ihr Album machen wird. Doch in diesem Video geht es nicht um das Album, sondern um was ganz anderes. Sie regt sich über die Fahrweise mancher Menschen auf. Vor allem männliche Egos auf den Straßen trifft sie anscheinend sehr oft. Hier hat sie eine interessante Geschichte für die ganzen Instagram-Follower. Jetzt mal ganz im Ernst, so eine Sache möchte ich einfach mal loswerden. Ich weiß nicht, wo die Menschen Autofahren lernen. Ich weiß auch nicht, in welcher Fahrschule man Auto lernt. Und ich weiß nicht, warum man Auto fährt, wenn man nicht Autofahren kann. Auf der Autobahn, auf jeder Autobahn in Deutschland gilt das Rechtsfahrgebot. Das Rechtsfahrgebot. Entweder du fährst auf der linken Spur und ziehst durch oder du fährst auf der rechten Spur und behinderst den Verkehr nicht. Ich verstehe nicht. Ich bin wirklich keine Dränglerin und ich bin auch wirklich nicht emotional, wenn ich Auto fahre. Aber ich verstehe einfach nicht, welche Bastarde so Auto fahren. Würden diese Menschen mal alle vernünftig Auto fahren? Ich schwöre es euch, ich wäre in zwei Stunden in Hamburg maximal. Nicht, dass ich jetzt gerade nach Hamburg fahre, aber es ist nur ein Beispiel. Weil ich glaube, ich klebe einfach ein Schild an mein Fenster, wo steht Rechtsfahrgebot, du Hurensohn. Und wisst ihr, jetzt kommt auch noch das Geisteskrank an der ganzen Sache. Jetzt denken sich die einen oder anderen Herren hier hinterm Bildschirm, die sich das gerade so anschauen. Was weiß die Alten denn so vom Autofahren? So, mein Freund, ich habe jetzt so seit zweieinhalb Jahren meinen Führerschein. Das ist echt nicht lange. Ich habe tü-tü-tü, macht kein Auge, noch keinen Unfall gebaut. Und ich fahre auch relativ in Ordnung. Es gab so vielleicht den einen oder anderen Blitzer. Aber was ich einfach anmerken möchte, die Leute, die die linke Spur behindern und das Rechtsfahrgebot nicht verstanden haben, das sind Männer. Das sind alles Männer. Maximal zwei Frauen habe ich gewollt. Maximal. Höchstens. Und wisst ihr, wie ihr dann angeguckt werdet, wenn ihr als Frau und dann auch noch in einem Mercedes als Frau einen Mann überholt? Du hast diesen Bastard ja schon überholt. Das ist schon vorbei. Das Thema ist durch. Ich habe dich schon überholt und du bist irgendwo kleben geblieben und hast eine halbe Stunde die linke Spur behindert. Das ist, es ist ja schon durch das Thema. Aber wenn die sehen, wer sie überholt hat. Eine Frau. Ich schwöre dir, die kommen zurück. Die jagen dich so lange. Die jagen und fahren dir so lange hinterher, bis sie dich zurücküberholt haben. Weil ansonsten, das ist zu viel fürs Ego. Also Freunde, es ist egal. Fahrt langsam. Fahrt schnell. Fahrt mittel langsam, mittelschnell. Fahrt wohin ihr wollt und wie ihr wollt. Aber bitte, 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 haltet euch ein. Das heißt, ich sage mal. Ach so. Leute, jetzt das Aller, Allerwichtigste. Das dürft ihr wirklich, wirklich nicht vergessen. Das müsst ihr euch wirklich merken. Das ist auch eine Sache, die mir wirklich nahe geht und mir sehr, 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 sehr am Herzen liegt. Kauft mein Album. Und wenn du jetzt bis hierhin wirklich geschaut hast, keine Story geskippt hast, dann weißt du, was du zu tun hast. Erstens, kauft mein Album und zweitens, halte dich an das Rechtsfahrgebot. Leider sind wir schon wieder am Ende. Hat Shirin David mit ihrer Geschichte recht? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wenn ihr Check This Lab noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun und bis bald.